Hallo meine Lieben, willkommen bei Lore Lager. Ihr wisst ja, am kommenden Freitag, den 23. ist Black Friday. Black Friday und da haben wir uns gedacht, was können wir für euch Gutes tun. Und wir haben mir gedacht, der Tisch ist für jeden ganz, ganz wichtig. Der Weihnachtstisch, der dekorierte Tisch. Und da haben wir uns gedacht, wir machen für euch ein Sonderangebot. Und zwar auf alle Tische, ob die jetzt Leinen sind, Leder sind, ob das jetzt aus die Stoff-Sets sind. Auf alle Sets gibt es 4 plus 2 gratis. Aber nicht genug, mit ein paar Sets hat man noch keinen Tisch gedeckt. Dann gibt es die Servietten noch dazu. Nach eurer Wahl, solange der Vorrat reicht, könnt ihr euch eine Serviette eurer Wahl noch dazu, gratis dazunehmen. Und nachdem das noch immer nicht genug ist, haben wir noch zwei Sachen. Zwei Teelichter, ebenfalls gratis dazu. Also die Basis ist geschaffen, ein paar Tannezweiger dazu noch, vielleicht ein bisschen was anderes noch, aber Kugeln dazu. Und ihr habt jetzt einen perfekten Weihnachtstisch. Und das um eigentlich nur 4 plus 2 gratis. Ich wünsche euch einen schönen Black Friday. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020